Liebe GWP-Fans, ja, ihr habt mich gleich erkannt, denn ich bin es, der Besitzer des Networks, der Manager of Champions, Champion der König von Wrestling Deutschland, Alex Wanda. Und ich bin noch absolut euphorisiert von der letzten GWP-Show Night of Decision, denn dort hat sich mein Network-Schützling Max Berg, 2 Meter groß, 120 Kilo schwer, den GWP-World-Title gesichert, in einer grandiosen Manier. Und normalerweise würden wir uns jetzt voller Fleiß, voller Vorfreude auf die nächste GWP-Show Spring Explosion am 9. April in Schwabach vorbereiten. Aber irgendwie hat mich da ein Video erreicht, das mich sehr sauer macht. Doch hört da mal genau hin. Apropos schlechte Sachen. Network, Netzwerk, wie auch immer ihr euch nennt, ihr Gauner. Ihr wollt euch bereit machen, ihr wollt die Macht übernehmen. Das reicht mir jetzt schon, Axel Tischer, ihr Gauner. Bei allem Respekt, Axel Tischer, seit 10 Jahren hast du deinen Slogan, es kommt die Zeit. Der Slogan ist für uns und vor allem für Max Berg, 2,10 Meter groß, 130 Kilo schwer, völlig irrelevant. Denn bei uns kommt die Zeit nicht, bei uns ist die Zeit. Und du wagst es uns, auf unserem Territorium herauszufordern? Du willst den GWP-World-Titel und das von Max Berg, 2,20 Meter groß, 140 Kilo schwer. Sag mal, bist du denn völlig daneben? Axel Tischer, du kannst gerne nach Schwabach kommen. Du kannst dir die Prügel deines Lebens einholen. Denn Max Berg, der Mann ist 2,30 Meter groß und 150 Kilo schwer. Und er wird vor der Show GWP World Champion sein. Und er wird nach der Show GWP World Champion sein. Und du wirst maximal Souvenirs in Form von einem Programmelf mitnehmen. Und bevor ich mich aufrege, komme ich jetzt besser mal zu den anderen Matches bei Spring Explosion. Denn es gab natürlich auch eine Enttäuschung und diese Enttäuschung heißt Tarkan Aslan. Tarkan Aslan, ich musste dich aus dem Network feuern, weil du ein Verlierer bist. Und Verlierer werden bestraft und wo eine Tür sich schließt, öffnet sich eine neue. Denn ich habe eine fantastische Neuverpflichtung für das Network. Cash Money Erkan. Ja, Cash Money Erkan, der war euer GWP World Champion. Und was hat die Unterstützung der Fans gebracht? Überhaupt nichts. Er musste sich hinlegen gegen Max Berg. 2,50 Meter groß, 170 Kilo schwer. Und Cash Money Erkan hat erkannt, dass nur mit Team Wunder, mit meiner Kraft an seiner Seite es für ihn möglich ist, nochmal an die Spitze zu kommen. Und Cash Money Erkan wird für mich Tarkan Aslan bestrafen bei Spring Explosion. Und dann haben wir noch Murad Demir. Murad Demir, nimmst du mir nicht übel? Ich mag ja Menschen, die meinen Körperbau haben. Aber du wärst besser weiter Bodybuilding und Westing Fan geblieben. Denn du hast dich jetzt zusammen mit John Badbones Klinger getan und willst die GWP Tag Team Champions von Aaron Insane und Chris Rush. Die machen das schon seit 30 Jahren zusammen. Die werden euch so dem Erdboden platt machen. Und danach wirst du demütig über den Boden crawlen und zukünftig vielleicht nochmal in den Zuschauersitzen uns bei unserer Kunst zuschauen. Aber Murad Demir, das war eine ganz schlechte Entscheidung, dich da hier mit Badbones zusammen zu tun. Und ansonsten richtig geile Matches, die Mädels sind da, die High Flyer werden fliegen, der König gut aufgelegt, wird live vor Ort sein. Schwabach, 9.4. Spring Explosion, wir sehen uns!